Seid wachsam, fallt nicht auf alles rein, wie mir das unsere Jugend gemacht hat, sondern seid wachsam, sprecht mit den Eltern, nehmt an der Politik teil und kümmert euch um euer Land. Man kann alles in Ruhe und Frieden lösen. Es gibt überall eine Lösung, ohne dass der Krieg ist. Das wäre mein Hund.